Was sich hier hinter mir befindet, ist mein LG 65 Zoll B2 OLED-Fernseher. Und was viel interessanter ist, ist tatsächlich meistens der Inhalt da drauf und jetzt momentan ebenfalls. Was wir da hinten sehen, ist ein Bildschirmschoner, also ein Screensaver. Und dieser Screensaver informiert mich derzeit darüber, dass ich mit einem beliebigen Knopfdruck den Fernseher einschalten kann. Ich habe dann eine Analogu hier, ich habe die Uhrzeit, das Datum und eben auch teilweise das Wetter. Wirklich praktische Funktionalität für einen Screensaver, für einen Bildschirmschoner. Aber die wichtigste Funktionalität davon ist tatsächlich, dass er meinen Bildschirm schont. Es handelt sich hierbei um ein OLED-Display und jeder weiß, dass eingeschaltete OLED-Pixel tatsächlich eine Degradation haben. Das heißt, mit der Zeit werden diese Pixel schwächer, sie nehmen in der Qualität ab. Oder es kommt zum Teil zu einem Burn-In, sodass tatsächlich der Bildschirminhalt sich einbrennt in das Display, in das Panel. Das ist, ohne das jetzt näher zu erklären, auf jeden Fall schadet das dem Display. Und deswegen ist es ganz praktisch, dass wir hier einen schwarzen Hintergrund haben, wo die meisten Pixel ausgeschaltet sind. Und ich habe dennoch ein bisschen was an Funktionalität. Ich habe eine Uhrzeit, ich habe das Datum und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt LG draufgekommen, dass mein Fernseher zum Beispiel die meiste Zeit hier tatsächlich so unnötig hier rumsteht und tatsächlich nur seine Pixel schont. Und dass LG hier damit quasi gar kein Geld verdienen kann. Und jetzt hat LG halt diese wundervolle Pressemeldung rausgeschmissen, wo sie gesagt haben, dass die Mehrheit seiner Kunden, tatsächlich 93% seiner Kunden, machen ohnehin andere Dinge gleichzeitig, während sie halt vor dem Fernseher sitzen. Sie multitasken quasi. Dazu gehört zum Beispiel das Schreiben von SMS-Nachrichten, Social Media, das Zocken von Handyspielen, Shopping. Also die Leute machen ganz viele andere Dinge, anstatt auf ihren Fernseher zu gucken. Teilweise atmen sie auch oder essen sie. Ich esse ganz gerne, wenn ich Fernseher gucke. Die Leute sind abgelenkt und gucken eigentlich ohnehin gar nicht auf ihren Fernseher, wenn er eben eingeschaltet ist. Und das will LG jetzt quasi ändern, dass der Fernseher jetzt nicht einfach so unnötig eingeschaltet rumsteht und seine Pixel schont, für die meine Schwiegereltern wirklich gutes Geld bezahlt haben. Übrigens danke dafür. Sondern man will eben auch diese Offline-Zeit, diese Eider-Zeit in Zukunft besser ausnutzen. Und die haben festgestellt, dass die diese Offline-Zeit besser ausnutzen können, indem sie anstelle der Uhr, anstelle dieses Bildschirmschoners, der hier tatsächlich die Pixel schützt, Werbung anzeigen. Genial, oder? Und dazu sagt LG in seiner Pressemeldung, durch Tests haben wir bestätigt, dass Screensaver-Werbung eine wertvolle Gelegenheit für Marken darstellt, auf dem größten Bildschirm im Raum im Mittelpunkt zu stehen. Und zwar hat man da eine ganze Reihe von Tests gemacht und man sagt, dass es einen Anstieg von 2,9% bei der Markenbekanntheit seiner Partner gibt, wenn eben Werbung als Screensaver ausgeliefert wird, wo ich quasi eigentlich gar nicht auf meinen Fernseher gucke, sondern eben halt nur die Uhrzeit oder das Wetter sehen will und er quasi immer bereit ist, eingeschaltet zu werden und diesen wundervollen Homescreen darzustellen, wo auch ziemlich viel Werbung drauf ist übrigens, LG. Aber sie haben festgestellt, dass es eine 2,9% höhere Markenbekanntheit seiner Partner gibt, sogar eine 16,2% größere Markenbekanntheit bei Frauen mit einem Haushaltseinkommen von über 80.000 US-Dollar im Jahr gibt und bei Personen über 45 ist dieser Faktor sogar fast knapp 20% höher. Also Screensaver-Werbung, davon profitieren wir quasi alle. Und das ist jetzt Grund genug, dass LG jetzt hier eine neue Einstellung in seinen Fernsehern quasi mitliefert und zwar wenn wir hier zu General, dann zum System, dann haben wir das hier versteckt bei Additional Settings, zusätzliche Einstellungen, dann können wir hier die Screensaver-Werbung einschalten. Und was das bei mir konkret macht, nachdem bei mir alle anderen Werbeeinstellungen deaktiviert sind und ich keine Werbe-ID habe und die regelmäßig zurücksetze bei meinem Gerät, es passiert gar nichts. Der Screensaver schaltet sich einfach gar nicht ein, das heißt die Pixel meines Fernsehers schalten sich nicht aus. Wundervoll. Und deswegen schalte ich hier auch die Screensaver-Promotion direkt aus, ich kann euch die Werbung gar nicht zeigen. LG hat dafür ein paar Fotos veröffentlicht und zwar Bilder veröffentlicht in seiner Pressemeldung, aber wie die das formulieren ist quasi, dass das tatsächlich einfach nur ungenutzte Bildschirmzeit ist, die man jetzt quasi für seine Werbepartner effektiv ausnutzen kann, anstatt eben wie ein Bildschirmschoner, meinen Bildschirm, der übrigens wirklich billig ist, zu schonen. Also die Studie, die LG hier quasi vorlegt, sagt, dass die zwei Meter große, also beinahe zwei Meter große Glasplatte, die sich inmitten meines Raums befindet, tatsächlich für drei Prozent mehr Markenbekanntheit sorgt. Bei jenem Partner von LG, der LG dafür bezahlt hat, inmitten meines Wohnzimmers sichtbar zu sein, anstatt eben mit dem Bildschirmschoner, den Bildschirm, den quasi der Kunde hier bezahlt hat, tatsächlich zu schonen. Und das ist eigentlich das größte Problem, was ich damit habe, abseits von Datenschutz, abseits von Privatsphäre und all das, weil wir kennen das bei Smart TVs, ist das wirklich nicht ideal, bei smarten Autos und so weiter. Wir wissen alle, dass wir hier nicht geniale Privatsphäre kriegen, Zeit für Mediencenter-PCs, ganz ehrlich. Was aber tatsächlich ein Problem ist, meiner Meinung nach, das wir bisher nicht kennen, ist, dieser Screensaver auf einem OLED-Fernseher schadet tatsächlich dem Produkt, das der Kunde mit seinem eigenen Geld. Und es fördert tatsächlich eigentlich nur den Profit von LG, weil die können jetzt ein bisschen mehr Geld mit Werbung verdienen und sie werden vielleicht auch ein bisschen mehr Geld mit Fernsehern verdienen, weil ich schätze mal OLED-Panels, die einfach mit der Zeit degradieren, je länger die Inhalt anzeigen und vor allem je länger sie unnötigerweise Inhalt anzeigen, in Form von Werbung bei Screensavern und nicht eben dieses schwarzen Bildschirms hier, den man aktuell noch sieht, dann wird es auch mehr kaputte Fernseher geben, dann wird es auch mehr Degradation geben, dann wird es auch eventuell mehr Neukäufe geben von LG. Abseits von allem, was LG bisher gemacht hat mit seinen Fernsehern, abseits von diesem katastrophalen WebOS-Interface und der vielen Werbung hier, die wir auf dem Homescreen haben und noch dazu einer Fernbedienung, die Netflix Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Google Assistant und Alexa drauf hat, da hier übrigens alle nicht in meiner Region unterstützt werden. Also das sind quasi nur unnötige Knöpfe auf einer Fernbedienung, die jemand anders eben quasi dafür bezahlt hat. Also abseits von all dem, abseits von all dem und der Privatsphäre und der Werbung und dem Datenschutz und all das, ruiniert man hier quasi ein gutes Produkt, indem man in der Offline-Zeit ein Bild darstellt, das weder der Nutzer sehen will, noch der Nutzer irgendwie irgendwas davon hat und gleichzeitig ruiniert man die Pixel dieses Produkts, für das eben der Nutzer bezahlt hat. Also es ist, I don't know, es ist fragwürdig. Und wie LG das in seiner Pressemeldung formuliert, diese Screensaver-Promotions, dass das eigentlich nur Vorteile hat, dass Studien zeigen, dass Leute, die tatsächlich zum Beispiel kochen, während der Fernseher ausgeschaltet ist oder die essen, während der Fernseher im Offline-Modus ist oder arbeiten, während der Fernseher einfach hier rumsteht, diesen Nutzern könnte man quasi Werbung anzeigen und LGs Partner hätten davon 3% mehr Markenbekanntheit. Für 3% Markenbekanntheit, mehr Markenbekanntheit für die Leute, die LG dafür bezahlen, auf meiner fast 2 Meter großen Werbefläche, Fernsehfläche, mitten in meinem Wohnzimmer zu sehen zu sein, dafür opfert quasi LG ein paar meiner OLED-Pixel für 15 Minuten oder wie lange auch immer der Screensaver hier online bleibt, bevor sich das Bild einfach dann ausschaltet und meine Pixel schont. So, das war die Sache, die mich heute extrem aufgeregt hat, als ich das gelesen habe. Ich habe bei LG nachgefragt, bisher allerdings keine Antwort dazu bekommen. Ich wollte fragen, ob das tatsächlich ein Opt-in oder ein Opt-out sein wird, die Screensaver-Werbung. Bei meinem Fernseher ist es ein Opt-in, weil das quasi als Update nachträglich mitgeliefert worden ist. LG sagt, man kann das deaktivieren und bei meinem Modell kann man das eh noch tun, wird allerdings eventuell für neuere Modelle von LG nicht mehr stimmen, dass man das zum Beispiel eben als Opt-in hat, dass man die Werbung tatsächlich aktiv selber aktivieren muss, weil bei allen anderen Sachen bei LG, bei der Homescreen-Promotion, also bei der Homescreen-Werbung, bei anderen Arten von Werbung im LG-Interface, im WebOS, muss man tatsächlich ein Opt-out machen. Das heißt, man muss die Werbung aktiv in den Einstellungen deaktivieren und diese sind noch schwerer zu finden, als sie das bei Windows 11 sind und schon dort sind sie ziemlich gut versteckt. Hier in den Einstellungen ist es echt katastrophal und noch dazu mit dieser Fernbedienung ist das eine ziemliche Katastrophe. So, das war es auch schon von mir und von diesem Thema. Kein Verständnis, einfach kein Verständnis. Danke LG. Great job. Danke fürs Zuschauen.